Jetzt kommt so eine neue Folge... Ups... Rocket League! Die letzte Folge war... Warte, ich guck mal nach... ZWEI MONTHALTE! WHAT THE FUCK! Ich guck grad SU stream Ich lag mich so tot in... SU heulen... Wegen diesen fetten Wildschweilen... Ja... Ich... SU tut mir irgendwie leid... Warte, warte, warte... Das letzte Mal in Season 11 haben wir uns wieder gesehen... Ich mache ein Rocket League... Jede... In zwei Monaten... Nächstes Video... Immer Rocket League Video... Nächstes... In zwei Monaten... Immer... Manche fragen... Wann kommt wieder Fortnite Video... Ich sag... Keine Ahnung... Oh nein... Nein... Du seid ja alle hier unten... Spaß... Ups... Ja komm... Wir gehen da rein... 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 Nein... 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 Ich will nicht... Nein... privilege... cops внимание... Attacke... Ich will nicht... Sie... Bitte esst du auch zu weinen, Mann. Bitte esst du auch zu heuen. Ich heu auch gleich, Mann. Dude! Ja, egal, wie ich überhinde. Okay. Ah, das ist dieser Mode. Oh, komm, komm. Let's go. Tappen. Das ist ein Team. Wir kennen uns nicht mal. Und er passiert schon. Du, 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 du. Danke. Schön mal Golf geguckt. King Hebrot hat es geregelt, alle. Du bist ein Zeitz in eine Wunde. Fortnite Musik. Nein, egal. Ja, Gigi, 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 Gigi. Wie viele Runden habe ich in der ersten Folge gemacht? Ja komm, wir machen immer... Die hat 18 Minuten gegangen, glaube ich. Keine Ahnung. Welcher Müll nutzt du welche Fähigkeit erlaubt? Ach so, ich bin schon nötig. Ey guck man, ich guck mir ein bisschen nach, merkt man das? Nein! Ey Mann, dieser Kack-Nub, er kann eigentlich nix, aber drauf sind dann da, Luke. 16 Minuten, okay. Die Folge... Jede Rockety Folge geht es bis 16 Minuten. Wenn es übergeht, dann kriegt der Bonus-Minuten. Bam, Alter. Nein, du Bastard, Alter. Du Bastard, Junge. Ja, du Bastard. Ja, du Bastard. Du Bastard, Alter. Das ist ein Kack-Nub. Es ist ein Kack-Nub. Ja, du Bastard. Das ist ein kleiner Hund, Mann. Das ist so ein kleiner Hurenzunner. Der geht auf, komm, Mann. Ich hab's vorgemacht. Du hast schon, Alter. Kleiner Hurenzunner! Ich hab doch nicht ab, Alter. Es war's wieder am Ende. Dich! 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 Ja, kleiner Kackmate, alter. Ich hasse meinen Mate, alter. Er kennt gar nichts, alter. Ja, es gibt zwei extra Minuten. Ich hasse meinen Mate. Mein Mate ist einfach Bullshit. Braucht die nicht anzugucken. Team Noobs heißen die natürlich. Und wir sind ja fucking Alpha Clan. Wir nehmen jeden auseinander. Meine Stimme, alter. Die ist schon wieder in den Eimer. Gestern war ich schon ein Stream oder vorgestern war mein Stimme Ende. Ja, keiner ist da online. Pumpkin. Let's go. Nichts so wrong. Ich gebe einen Cut in eine Minute, ist das nächste. Bis gleich. Boom, Halla. Und ich warte. Jetzt geht's los. Es ist glaube ich gleich tot, deswegen ist es immer geniebt. Ja, lol. Ich lasse den Vortritt. Weiß nicht, was hier abgeht. Ich lasse die mal spielen. Okay. Ich habe ja nicht... Ich lasse den Vortritt. Ich lasse die mal spielen. Ich lasse die mal spielen. Tschüss. Die Fortnite-Runde. Ich lasse die eignen. Sorry. Vielen Dank. Egal, egal, jetzt spiel mir das große Spiel hier. Ja, wir lassen hier nochmal das andere Vortritt. Oh mein Gott, egal, 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 egal. Hörst du, wieso? Nein, Geist, wir schaffen das! Geist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich war stark, aber auch nicht stark. Nein, wo ich damals, glaube ich, sieben oder sechs, nee, wo ich damals acht oder neun war, habe ich die Musik das allererste Mal in Roblox gehört, aber in Fake-Fourgeist, wo vorgestern noch nicht für die Xbox raus war, habe ich das auf der Fake-Xbox gespielt. Ich meine, auf der Fake-Version auf Roblox. Seitdem habe ich das Fake-Fourgeist nie wieder gesehen, seit ich das Richtige habe. Ich glaube, das Wort hat leider gelöscht. Aber da fand ich meine Highlights. Da habe ich gefühlt nie gewonnen. Da habe ich voll selten gewonnen oder richtig krass. Gebt ein Cut, wenn ich drinne bin, ihr Hunde. 2, 2, 1, let's go. Ich habe ein bisschen reingeschissen. Typ. Ey, Mann, jetzt halt so. Gut. Ah, Bonos. Ihr bekommt eine Bonos-Minute. Es ist gleich über 16 Minuten. Und wenn es schnell geht, wird ja... ...schuldig, schuldig, schuldig. Alla, ich bin zu müde. Ich habe ja nicht die Nacht gepennt. Ja, Mann, Boots. Schlecht, du Hund. Mama, warum können wir nicht die Beste? Warum sind die alle scheiße? Sag mal! Bin ich auch scheiße, deswegen habe ich scheiß Mates? Ich sage ja die Wahrheit. Ich bin ja nicht gut, also. Mann, ich... Ja, mein Mann hat es direkt... Ja, scheiße. Ja, scheiße, ich habe das scheiße geteilt. Nein, ich bin ja nicht die Ahnung. Ich bin ja nicht die Beste, die Beste, die Beste, die Beste, die Beste! Ich bin ja nicht die Beste, die Beste. Aber wenn ich nicht die Beste peste, die Beste, die Beste hat in der Räumtel. Und das erste Lama-Oh-Rama. Ich habe ein kleiner Noob-Kind. Ja! Lösch dich du Bot! Noob-Kind, Alter. Ein richtiges Noob-Kind machen. Mama, warum glaubst du nie an mich? Du kleiner Geldverdiener. Ja. Nee. Hm, Olympus. Er hat Stuhl. Ja, die wüssten die gewöhnen. Ich bin ja alleine. Ja. 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 Egal. 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 Nächstes Mal werden wir das- Weh... Kann ich mal deutsch? Nächstes Mal werden wir die beziehen irgendwann. Ja. Ich will zeigen... Bro. Let's go, Mann! ich wird sagen das war's mit und ja Fische!